Liebe Kunden von Weltbild, ich freue mich ganz besonders, dass ich Ihnen mein neues Buch vorstellen darf. Das Thema Kochen für Gäste. Denn nicht wahr, wir haben alle das gleiche Problem. Was sollen wir denn für die Gäste kochen? Neu soll es sein und ganz besonders. Darum habe ich 90 Rezepte zu 30 ganz unterschiedlichen Menü zusammengestellt. Dazu gibt es viele fotografierte Tipps rund um den Einkauf, Zutaten und natürlich auch die Zubereitung, damit garantiert nichts schief läuft. Und ein Arbeitsplan hilft Ihnen, die Zeit genau einteilen zu können, sodass Sie zuletzt wirklich Zeit für Ihre Gäste haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie sich für das Thema interessieren würden und wünsche Ihnen heute schon einen guten.